Mein Name ist Gianluca Scudieri, ich bin 16 Jahre alt, ich spiele Zehner und Stürmer. Meine bisherigen Vereine waren FADK St. Georgen und der SC Freiburg. Mein Vorbild ist Kevin De Bruyne. Bei FIFA spiele ich am liebsten Manchester United. Meine persönlichen Ziele sind, mich mit der Mannschaft weiterzuentwickeln und den Klassenerhalt zu schaffen. Und bei den Zielen mit der Mannschaft genau dasselbe.